Hey Leute, heute ein neues Video und diesmal möchte ich dir was zeigen, das ist ein, keine Ahnung, aus der Evo Trickkiste, ein Propeller ohne Antrieb und ihr könnt einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr eine Ahnung habt, wie das Ding funktioniert. Wenn ich dran reibe, dann dreht sich dieser Propeller, ich zeig's euch mal. Okay, dann reiht, pass auf. Stopp. Und nochmal. Und das Ganze geht auch in die andere Richtung, pass mal auf. Also wenn ihr eine Ahnung habt, wie das Ding funktioniert, dann könnt ihr hier einen Kommentar hinterlassen. Und das Ganze geht auch in die andere Richtung. Vielen Dank.